Ein weiterer famoser Run ist beendet. Timespinners. Und der König, der ist hin und weg davon. Mein König, was ist passiert? Oh, mein Hut verschwindet auch. Ich glaube, der Illusionierungszauber ist ein bisschen fehlgeschlagen, verdammt. König, nehmt es mir nicht böse. Das sind Nebenwirkungen. Er erscheint gleich wieder bestimmt. Scheiße. Ja, scheiße trifft es ganz gut. Ja, das ist kein Problem. Reden wir über interessantere Sachen. Mein König, wart ihr angetan von den Leistungen von Sir Buddy? Oh, sehr, sehr. Also wirklich äußerst angetan. Das hat mir sehr gut gefallen. Ah, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das freut mich, das freut mich. Wir können die noble Kunst des Speedrunning euch also näher bringen. Aber mein König, wenn schon irgendwelche Zauber fehlschlagen, kann ich euch versprechen, wir haben noch weitere qualifizierte Runs vor uns. Und noch sehr, sehr tapfere Recken, die zeigen wollen, was sie können. Zum Beispiel hätte ich im Angebot das gleiche Spiel zweimal hinter, beziehungsweise die gleiche Spielreihe, aber von zwei unterschiedlichen Rittern gezeigt. Klingt das interessant für euch? Neureihe sogar. Hm, ja doch, doch. Wir könnten starten mit 1.8. Ah, davon habe ich schon mal gehört, ja. Ja, vom legendären Sir Sin. Also, das könnte ich euch anbieten, mein König. Dafür müsst ihr auch gar nicht in physischer Präsenz wieder da sein. Ihr könnt euch zurücklehnen und die Show genießen. Ja, ich versuche dich zu verzeihen in der Zeit. Ah, wunderbar. Hofner, ihr kennt euren Job. Ich falle meine Zauber an. Aber ich habe noch eine Bitte an euch, Zauberer. Könnt ihr beim nächsten Mal bitte auch den Geruch vom Königend verschwinden? Hallo. Ich brauche einen neuen Hofner an. Bewerbung bitte direkt in die Runde. Ich mache mich auf den Weg und hole den nächsten Ritter rein. Das ist mein Stichwort zu verschwinden. Oh, oh.